Lernen to Talk Show Und wir geben das Miki Danke So Bueno, estamos? Bienvenidos a Lernen to Talk Show Este es mi cuarto episodio Y hoy tengo otro invitado super especial Un compañero de la maestría, Kadir Hallo Kadir Hallo Abby Alles gut? Ja, bei dir auch Auch? Ein bisschen raurig wegen das Wetter? Wegen dem Wetter, ja Ja, das ist Wir sagen immer Scheißwetter Scheißwetter? Ja, das ist ein Scheißwetter Gibt es ein anderes Wort? Wie traurig oder grau? Ja, es ist grau Du kannst sagen, das Wetter ist grau Du siehst die Sonne nicht Es regnet auf uns drauf Es ist scheiße Es fängt an zu regnen Aber ich denke, dass du das Video mit mir macht Ja, gerne, gerne Ich muss ja Ich habe ja Schulden bei dir Ja, okay Ich habe Schulden Aber die begleichen wir später Danke Ja, die begleichen wir später Aber Was ist begleichen? Wenn ich dir etwas schulde Ja Und ich gebe dir das Also sei es Geld oder ein Objekt Dann begleiche ich die Schulden Okay Dann sind wir quitt Das heißt das Schulden begleichen Schulden begleichen Ja Und wo sind wir eigentlich? Wir sind in einer kleinen Allee An wie? Ja, Allee Okay Wenn überall Bäume an den Seiten sind Bei unserer Schule Ja Bei der Kist Die ist da hinten Und da sind wir gerade Ja, ich habe das viele, so viele Mal gelaufen Ja, warum? Ja, wegen der Mensa Achso, die Mensa Ist da hin Danke Miki Ja Miki Und das ist ein Kist Und wir sollten jedes Mittags hier Ah, was ist das? Was essen? Zum Mittag Ja, zum Mittags Mittags zu essen Zum Mittagsessen Ja, zum Mittagsessen Um Mittags zu essen Ja Aber ich war nicht in der Kist vor drei Monaten schon Weil ich bin so fertig Ja, das stimmt Das stimmt Und du arbeitest jetzt, oder? Das ist schön Und das ist eine Zukunft für dich auch Ja, ja Und die Masterarbeit Ja, ja Die Zukunft, die Masterarbeit Ich freue mich schon Ja Ja Aber was Ja, wir können unsere Schulden vergleichen Begleichen Begleichen Ja Weißt du aber was vergleichen heißt? Ja Zwei Sachen Ja Zu vergleichen Begleichen Das stimmt Es ist sehr nass, weil es hat ja viel geregnet Ja Und Miki, unsere Regisseur Ah, ich weiß nicht Du Regisseur Hat für uns ein wunderschönes Plan Ja, ich hab das auch Ja Warte Aber ich wollte dir auf jeden Fall erzählen Weil es vor zwei Wochen Ja War Mikis Geburtstag Stimmt Ja Und ich hab mir ein Bananabrot mitgebracht Ja Aber ich wollte nicht das Bananabrot rauszunehmen und in einen Teller tun Ja, ich war zu faulen Ich war ein bisschen faulen Ja Und ich sagte, okay, ich lasse nur am Tisch Am Tisch Ja, auf dem Tisch Auf dem Tisch Und ich habe dir gesehen und ich sagte, als du mitgenommen hattest Ja, als du das mitgenommen hattest, das passt Ich habe dir gesehen und ich dachte, ah, er ist so schön Kadir macht das gerade und er macht das schön und nimmt das Brot raus Ja Und das war, ja Und dann später, als ich meine Form nicht gefunden habe Ja, habe ich gemerkt, dass Ja Dass ich das mitgenommen habe Und ich habe das mitgenommen, weil ich dachte, es wäre meine Und dass jemand, während wir weg waren, Kuchen darin gemacht hat Ja Und dann dachte ich, das wäre meins, aber Ja, aber ich war froh, weil das ist neu Das ist ganz neu Ja Ich habe da zweimal darin gebacken Zweimal Und das ist schon ein bisschen Ja Super alt Bisschen alt und beulig Das hat sie beulig Ja Aber Aber okay Warte, warte Wir begleichen jetzt Wir begleichen jetzt Schulden Schulden Ja Vielen Dank Danke auch dir Und vielen Dank, dass du mit mir das Video gemacht hast Gerne Immer wieder gerne Und Vielen Dank Micky auch Bitte Okay, wir sehen uns nächste Bei nächster Folie Danke Mich bestimmt auch Ciao, ciao Ciao Ciao